Ferndorfen. Wir haben hier nirgendwo eine Ferndorfe. Die haben Kirschbomben. Nutzen wir die mal. Aber hier ist nirgendwo eine Ferndorfe angezeigt. Wie ich benutzen kann, hab ich mir auch nicht gesagt. Hm. Coop-Mission, die hab ich übrigens schon mal versucht, die Coop-Mission. Die funktioniert überhaupt nicht. Weil selbst die Mission und alle anderen Mitspieler komplett rumspacken. Das ist nicht gerade geil. Wo ist denn die Kirche? Wo muss ich denn jetzt hin? Mission. Dortens. Die Beichte. Jetzt Kiting anzuspacken. Äh, Gott. Ja, ich schau heute auch. Kannst du denn wieder zurückrennen? Nja. Haha. Ah. Wollet-vous coucher avec moi? Parlez-vous français? Je n'appelle... Yoshi. Hey, äh, como ist das? Ich mixe hier einfach mal ein paar Sparen. Hallo. Die hab ich doch nicht gesehen. Ernsthaft. Was nehm ich euch nicht ab? Was? Ja, gut. Passiert natürlich, wenn man B drückt und der dann nicht blockt, wie es eigentlich sein sollte. Hm. 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 Wo bin ich denn jetzt? Ich hab meine Quest da hinten. Ah, sich natürlich wieder von der Karte entfernt. Hi. Come here, du feiger Bastard. Come here, du feiger Bastard. Hey. 218. 218. 218. F. Was doch immer, immer noch F sind. Ich weiß das, glaub ich, immer noch nicht, oder? Ich hab's vergessen. Warum treffen wir uns auf dem Dach? Ich soll da irgendeinen Typen in der Kirche töten. Gott. Hm. Charles Gabriel Sevier, einer der Männer, die Monsieur de la Serre ermordet haben, trifft in Notre-Dame einen Klienten, findet heraus, was er weiß, und tötet ihn. Blöhnung Henkers Beil. Und verbaute sind Punkte verfügbar. Ja. Aber ich brauch 6, um so einen Spaß zu machen. 6. Unser Plan? Hm, hm. Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Warum wirst du dann hier? Ja. 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 Ich habe das hier. Ja, ja. 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 was du willst, Assassiner. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Einmal der Landtate, 1 Geheimzugänge, 1 Zugänge, 10 Alarmgock, 2. Schön. Woher soll ich das alles wissen? Okay. Den Schlüssel stehlen. Können wir sich als nützlich erweisen. Der ist böse. Der Rote. Da muss ich den jetzt irgendwie nebenbei ausschalten. Rechts standen noch mehr Rote. Was ist passiert? Ich weiß nichts. Was passiert? Du, 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 du. Du sollst hochklettern. So, wir müssen den Notre-Dame-Schlüssel. Und wo ist die Attentatgelegenheit? Das ist da drin. Na ja, da muss ich wohl jetzt mal rein. Hopp. Hopp. Okay. Ähm. Ähm. Ah, hier gibt's Alarmglocken, weiß ich nicht, aber hier ist ja so viel Volk, ich seh auch keinen Alarmglocken. Hier ist der einzige Ausgang und wir haben die Wachen bestochen. Gut, jetzt da Arten und du bist, will ich kein Risiko eingehen. Wenn Monsieur Sibriere eintrifft, sagt Ihnen, dass ich die Details mit dem Priester bespreche. Ich treffe ihn drin. Alles klar. Kann doch nicht einfach hinterherlaufen. So machen wir mal ein bisschen Stealth ranzugehen, ne? Wo der jetzt nicht gerade ist. Okay. Ich versuche nur töten. Wo ist er? Hey. Okay. Guck mal an. Da haben wir ihn ja. Ich denke, dass ihr dieses Treffen versorgt werdet, Monsieur. Ta-da-da. Oh shit. Ich hab ihn ja nicht gesehen. Tschüdelü. Da muss ich da nur noch rein. Ist noch irgendwas für mich? Ne. Dann gehen wir da mal rein. Interagieren. Ah, guck mal. Ich bin mir so oft. Kein Alarm auslösen. Attentat aus dem Versteck. Das war knapp. Das war knapp. Nein. Egal. Ja. Ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Der fügt auf den Weg. Guck mal. Ich bin sicher. Der Rotulns? Okay. Ehhhhh... 3 3 3 4 4 5 5 5 6 10 13 14 15 15 17 18 18 18 Adveram, et eternam beatitudinen. Viedictissi, Vater in Christus. Baini. Geht ainius packen. Geht ainius packen. Geht ainius packen. Geht ainius packen. Au. Wiedersehen. Ums. Wartet hier, es darf uns niemand stören. Sie werden. Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großguriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also? Was ist so wichtig, dass ihr meintet mich von meiner Tochter? Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Die wer? Kommt weg da! Meine Güte. Okay, damit wissen wir ein bisschen mehr. Dann bin ich nur hier wieder weg. Das ist seltsam. Das ist seltsam. Können wir hier auch durch die Tür raus? Ach, sei es doch. Nicht so wichtig. Ja, können wir. Sehr gut. Tadaa. Hinnerung abgeschossen. Fortfahren. Amen.